Hallo und herzlich willkommen an alle auf der anderen Seite des Bildschirms. Mein Name ist Susanna und in den nächsten paar Videos zum Thema Textaufgaben möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks zeigen, sodass das Lösen von Textaufgaben für euch einfacher wird. Habt ihr euch auch schon oft gefragt, wie die Lehrperson immer die passende Gleichung aus dem Text herausbekommt? Aber genau bei dieser Frage möchte ich euch helfen. Doch bevor wir beginnen können, hast du schon alle Materialien, die wir zum Lernen brauchen bei dir? Du brauchst kariertes Papier, einen Stift, Textmarker und ein Lineal- oder Geodreik. Falls du noch nicht alles auf deinem Schreibtisch hast, drücke kurz auf Pause und hol dir bitte die Sachen, bevor du mit dem Video weitermachst. Hast du alles? Dann lass uns mit der ersten Aufgabe beginnen. Darf ich vorstellen? Das ist Martin und das ist Anna. Zusammen haben die beiden einige Bücher, nämlich 15 Bücher. Du kannst auch nachzählen. Mit diesen Informationen kann auch eine Aufgabe anfangen, nämlich so. Martin und Anna haben zusammen 15 Bücher. In der Aufgabe könnte noch mehr Information versteckt sein. Zum Beispiel Anna besitzt 9 Bücher. Hier habe ich Annas Bücher gleich farblich hervorgehoben. Und zum Schluss braucht eine Aufgabe noch eine Frage oder ein Problem, das gelöst werden muss. Fällt dir eine Frage zu diesem Beispiel ein? Ich stelle mir zum Beispiel die Frage, wie viele Bücher besitzt Martin? So, jetzt haben wir eine ganze Aufgabe. Ich mache uns hier mal wieder etwas Platz, damit wir nun die Textaufgabe lösen können. Gut, lass uns zusammen versuchen, die Aufgabe zu lösen. Als erstes muss man wissen, was man in der Aufgabe überhaupt herausfinden möchte. Hier kann man sich oft helfen und nach einem Fragezeichen im Text suchen. Also, was möchte man bei dieser Aufgabe herausfinden? Richtig, man möchte herausfinden, wie viele Bücher Martin besitzt. Oder anders formuliert, die Anzahl der Bücher von Martin. Nun, wie viele sind das jetzt? Nachdem wir die Antwort noch nicht wissen, können wir bis dahin die eigentliche Zahl, die wir noch nicht kennen, zum Beispiel mit m bezeichnen. M, wie die Anzahl der Bücher von Martin. Weißt du vielleicht sogar, wie man solche Buchstaben nennt? Du kennst sie vielleicht unter dem Namen Unbekannte, Variable oder Platzhalter. Sie helfen uns dabei, noch unbekannte Zahlen zu berechnen. Nachdem wir nun wissen, was gesucht ist, können wir uns der nächsten Frage widmen. Nämlich, was weiß ich schon? Lies den Text nochmal genau und aufmerksam durch. Welche Informationen wissen wir noch? Richtig, wir wissen die Anzahl der Bücher von Anna. Nämlich, Anna besitzt neun Bücher. Außerdem wissen wir auch, wie viele Bücher die beiden zusammen besitzen. Denn Martin und Anna, also beide zusammen, haben 15 Bücher. Lass uns das alles noch einmal schön zusammenschreiben. Wir müssen die Anzahl der Bücher von Martin herausfinden und wissen aber schon, dass Anna alleine neun Bücher besitzt, sowie, dass beide zusammen 15 Bücher besitzen. Nun geht es um das eigentliche Übersetzen von Text in Mathematik. Wir müssen eine Gleichung aufstellen. Was hier vieles leichter machen kann, ist eine grafische Darstellung des Problems. Also, indem man die einzelnen Informationen als Linien darstellt. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Überlege dir, welche Informationen zu welcher Linie gehören könnten. Drücke dafür auf Pause und schreibe deine Antwort auf. Lass uns vergleichen. Die Anzahl von Martins Büchern ist hier die grüne Linie. Wir schreiben M darüber. Die Anzahl von Annas Büchern ist hier die blaue Linie. Wir schreiben die Anzahl darüber, nämlich neun. Die Anzahl der gesamten Büchern ist hier die violette Linie. Wir schreiben die gesamte Bücheranzahl darunter, nämlich 15. Weißt du schon, wie eine Gleichung aussehen könnte? Drücke auf Pause, wenn du es alleine versuchen möchtest. Eine mögliche Gleichung könnte so aussehen. M plus neun ist gleich 15. Also die Anzahl von Martins Büchern und die Anzahl von Annas Büchern sind zusammen die Anzahl der gesamten Büchern. Das hier nennen wir Gleichung. Eine Gleichung erkennst du daran, dass ein Ist-Gleich-Zeichen enthalten ist. Wobei die linke und rechte Seite immer gleich viel sein müssen. Also M muss jene Zahl sein, für die auf der linken Seite dasselbe Wert wie auf der rechten Seite herauskommt. Also, dass auf der linken Seite auch 15 herauskommt. Das wäre hier 6. Also Martin hat 6 Bücher. Zähle doch einmal nach, ob das stimmen kann. Aber so haben wir eine passende Gleichung zu unserer Textaufgabe gefunden. Gratulation, es hat sich sehr gut gemacht. Überlege mal, was haben wir jetzt alles gemacht, um eine passende Gleichung zur Textaufgabe aufzustellen? Und welche 4 Schritte können helfen, um eine Textaufgabe zu lösen? Drücke auf Pause und versuche die 4 Punkte zu finden. Hast du alle gewusst? Lass uns die noch einmal gemeinsam durchgehen. Als erstes solltest du dir den Text oder die Angabe genau durchlesen, um zu erkennen, um was es in der Aufgabe überhaupt geht. Als zweites hast du dich gefragt, was will ich wissen? Also, was du am Ende herausfinden sollst. Dafür hast du den Text aufmerksam gelesen und dich am Fragezeichen orientiert. In diesem Schritt hast du auch eine Variable definiert. Als drittes hast du dich gefragt, was weiß ich schon? Auch hier musstest du den Text genau lesen. Der Fokus lag dabei aber auf den Informationen, die du schon kennst. Danach ging es schon zum vierten Schritt, nämlich eine Gleichung aufstellen. Hier konnten wir uns mit einer grafischen Darstellung helfen und schon hattest du eine passende Gleichung aufgestellt. Drücke auf Pause und notiere dir die 4 Schritte auf deinem Zettel oder auf einer Lernkartei. Das ist das Ende des Videos. Du hast es sehr gut gemacht. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. In Basic zeige ich dir noch einen Trick, wie man sich mit einer Tabelle Übersicht verschaffen kann. Sieh doch einmal rein.